Ne, ne? Da oben ist eine Kiste. Mist. Also macht es doch Sinn, die Fässer manchmal stehen zu lassen. Okay. Später und so. Hopps, 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 hopps. Hallo? Au, hey. Das wollte ich gerade machen. Das ist nicht fair, wenn ihr das macht. Au. So, gut, 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 gut. Na, 5. Oh, Bossraum. Na, fehlen 200. Können Ding werden. Ich guck mal ganz kurz nach oben. Nichts. Guck mal ganz nach unten. Oh, Runde. Nein, unten ist ja unten überhaupt. Ne. Ja. Okay, probieren wir es mal so. Das kommt ja eigentlich nur aufs Move mit an. Das müssten wir noch mit allem HP schaffen und so. Tssss. Komm schon. Du, 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 du. Das war gerade ein komischer Ruck, oder? Au. Du, 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 du. Au. Komm her. Ja. Du stürmst ganz schön oft an der letzten Zeit. Könnt fast meinen, du machst nichts anderes mehr. Aber ja, sieht sehr gut aus. Scheiß aufs Fliegen. Oh, Lebenspunkte sind ein bisschen angeschlagen. Aber das passt, das passt. Einfach nicht auf die Lebenspunkte achten, einfach nur ausweichen. Das bringt mir nichts zu wissen, dass ich wenig Lebenspunkte habe. Dadurch spiele ich auch nicht besser. Oh. Und, kaputt. Sehr schön. Ganz viel Gold. 71.000, war eine Schätzung. Noch irgendwo irgendwas? Nö. Ching. Lebenspunkte, Lebenspunkte, Gewicht. So. So. Und jetzt nicht den Endpost töten. Die Versuchung ist groß und so, aber nicht den Endpost töten. Sonst bist du bei dem selben Problem, als du vorher auch hattest, Gerogon. Außer Zukunft. Ich kümle mir mal den Spaß. Da haben wir das mal, ne? Da, da, da. Oh. So. Katsching. 74.000. Was kaufen wir uns dafür eigentlich Schönes? Also, Voran hat es primär im New Game Plus Plus gehapert. Wir haben keine sechs Gegner umbringen können. Jedenfalls nicht so wirklich gut. Aber damit zu tun, wir haben es wieder erstens fünf Schläge braucht, um meinen Gegner zuzubekommen. Das wird sich auch nicht so leicht ändern lassen können, denn mehr Angrosskraft kostet halt tierisch viel. Das können wir ein wenig ausbalancieren mit dem Crit. Also jetzt durch die ganze Crit Chance, Crit Schaden Geschichte haben wir halt theoretisch einen größeren Damage Output. Aber halt nur theoretisch, weil es immer eine Chance ist. Aber ich denke mal, wenn wir Crit Chance auf Max bringen würden, dann würde es richtig gut abgehen. Also ja, dass wir einen Punkt, den wir machen sollten. Und allgemein Lebenspunkte und Rüstung vor allem. Rüstung haben wir, glaube ich, erst zehn von 50 Ausbaustufen oder so. Das muss ganz schnell her. So, still. Komm schon. Ei, 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 ei. Oh. So. Alles für eine mieselige Kiste. Bam. Zing, zing, zing. Viel zu viele Schläge für einen Gegner. Und das in New Game Plus. New Game Plus Plus wird uns so den Arsch versohlen. Au, 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 au. Und irgendwo ist noch ein Scharfschütze. Wuschel, 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 wuschel. Du bist eine echte Kiste. Oh, okay. Tut das, meine Liebliche, kaputt haben kann. Du bist auch echt? Was zur Hölle ist denn hier los? Kaputt. Liebenspunkte sind langsam echt nicht mehr so toll. Äh, oh, okay. Die Doom, was lasse ich mal da? Oh, gut, ich höre einen Hund. Ich höre einen Hund und ich sehe einen Hund. Und der ist weiß und tierisch groß und hat so beobachtet. Weiche dem Chakrams Returns aus für mehr Schaden. Ach so, wenn er zurückfliegt, der Chakram und er trifft uns, dann fangen wir ihn quasi auf. Und wenn wir ihn nicht auffangen, dann fliegt er halt weiter und macht mehr Schaden. Ja, okay, das macht Sinn. Aber gut, das Leben war sehr erfolgreich. Zwei Bosse gekillt, über 70.000 Gold. Das will ich jetzt ausgeben. Äh, Paladin, der nicht zurückgeschubst werden kann. Also, okay. Spelunka. Also ja, wir sind jetzt in der Grind-Phase. Aber der Spelunka macht einfach nicht genug Schaden und hält nicht genug aus, um einfach so durchzurschen. Das heißt, ich nehme, glaube ich, doch lieber den Paladin. Der rumgrölt, weil es unterhaltsam ist. Oh. 81.000 sogar. Ja, okay. Also wir wollten Rüstung erhöhen. Wir haben jetzt richtig häufig Rüstung erhöht. Wir wollten Crit Chance noch erhöhen. 4.000. Ich will Angrußkraft. Lebenspunkte brauchen wir auch noch. So, 2.100. Dafür kaufen wir uns mal eine Rune lieber. Wir später auch mal gebrauchen könnten. Wieso will das da? Oh. 2.200. Das ist knapp. Okay, was haben wir da? Imperiales Schwert. Einfach nur schlechter. Nehmen wir mal dich und benutzen dich nicht. Und jetzt wollen wir mit diesem Held die komplette erste Etage. Ja, die Tür geht auf. Ich darf nicht nach oben drücken. Wenn ich nach oben drücke, ist das Leben vorbei. Denn wir könnten zwar gegen den Boss kämpfen, aber wenn wir gewinnen, verlieren würden, wenn wir verlieren, verlieren wir also. Weil wir ja grinden wollen. Aber genau. Also mein Ziel ist es, die erste Etage zu klieren. Danach ist mein Ziel, die zweite Etage zu klieren. Und die vierte Etage. Wenn wir das geschafft haben, bin ich schon mal etwas zuversichtlicher, dass wir auch eine Chance haben im New Game Plus Plus. Keinen Schaden nehmen. Okay. Oh. Wir machen echt fast gar keinen Schaden mit Magie. Wir haben es geschafft, einen umzubringen. Und weg. Haste. Boing, boing, boing. So. Oh ja. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir die erste Etage auf jeden Fall hier bekommen. Wir haben den Paladin, der eh mehr Schaden macht. Wodurch der Crit-Schaden dann noch viel mehr Schaden macht. Aber er hat halt nicht so viele Lebensprobleme, wie der Bar. Boah, das passt schon. So. Also ja. Erste Etage, zweite Etage dürften kein Problem sein. Danach wird es haarig. Und dass es haarig wird, zeigt uns, dass wir mehr grinden müssen. Was ich aber nicht mit dem Spelunky machen wollte. Weil das klappt einfach nicht. Ne. Dann könnten wir Kisten fahren, aber das bringt nicht so viel. Weil die Gegner selber trocknen ja auch tierisch wie Kohle. Oh. Also ja. Ich denke, so ist die beste Methode. Wir machen jetzt noch ein, zwei, drei Leben mit Paladin, Barbar und Co. Clearen, so viel wir können. Und dann, wenn wir genug Upgrades gekauft haben, dass selbst der Spelunky sich hier behaupten kann, dann wird der auch gespielt. Und zwar so lange, bis wir genug Gold haben, dass wir im New Game Plus Plus einigermaßen zurecht kommen. Also ich hätte es gerne so, dass wenn wir in New Game Plus Plus anfangen, dass wir mindestens drei Minuten am Stück spielen können, ohne zu sterben. Das wäre schön. Das werden dann auch bestimmt mehr als sechs Gegner sein. Was ja das zweite große, wichtige Ziel ist. Denn es ist okay. Ich will nicht jetzt so lange grinden, bis ich New Game Plus Plus durchrushen kann. Das ist, glaube ich, unrealistisch. Da müsste ich Tage damit verbringen, immer und immer wieder New Game Plus zu farmen. Das will ich auch gar nicht. Es soll eine Herausforderung sein, aber es soll machbar sein. Nicht zu frustrierend. Denn es gibt ja auch noch New Game Plus, Plus, Plus und nicht auf Köpfe springen. Wir sind nicht beim McRoyer, können keinen Pocket Cockpit Sprung machen. Komischer Raum. Oh, schöner Raum. Du bleibst mal da stehen. Boss Raum kann auch so bleiben, wie es ist. Gold, 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 Gold. Einen Schaden nehmen. Kann ich dich erwischen? Wir können einfach so machen. Genau. Ah. Wir müssen unbedingt an unsere Intelligenz arbeiten. Stimmt. Das wollten wir ja sowieso mal machen. Wir wollten, sobald wir hier einigermaßen klarkommen, also im New Game Plus, anfangen mit den anderen Klassen rum zu experimentieren. Also so zu skillen, dass wir auch mit dem Drachen spielen können und mit dem Archmage und all den anderen schönen Sorgen. Das klingt auch nicht schlecht. Also ja, Paradiden, Baba, so lange, bis wir genug Gold haben, dass der Spill sich so skeen kann, dass er hier durchlaufen kann. Und dann sind die extra Klasse dran. Auf, auf. Hier ist ganz schön viel los. Was? Was soll er war das denn gerade? Hat er das gesehen? Okay, erstmal töten. Au, 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 au. So. Au. So, stirb. Stacheldingern ausweichen. Dicht. Oh. Okay. Slayer Bracer. Ähm. Ja. Schön. Ich würde gerne, dass wir hier viel elementig auskommen. Aber was ich meinte, was ihr gesehen habt. Wir waren kurz vor sich in der Stein. Statue. Nein. Außerdem, was zur Hölle mache ich eigentlich gerade in der Hölle? Wir wollten doch das erste Label klären. Nee. Ich versuche einfach nur kurz den Bossraum und teleportiere ihn zurück. Oh ja, diese Steinstatue sah interessant. Hand aus. Ich weiß nur nicht, wie ich das gemacht habe. Oh. Alle Gegner besiegen. Das kriege ich doch cool. Dong. So. Ah. Tss. Balance-Runde. Äh. Aber ja. Mit allen Leveln klären wird das wohl nix. Wenn ich mir die Lebenspunkte gerade so angucke. Aber ich habe auch tierisch viel verballert. Also in diesem einen Raum, das hätte ich wesentlich besser anstellen müssen. Und eigentlich auch können. Das war super Leistung. Wenn man das so nennen. Okay. Oh. Und spush. Und spush. Kapun. Oh wait. 10.000 Gold. Es ist okay. Äh. Ching. Hallo. Mr. Bones. Bye bye. Mr. Bones. Oh oh. Oh oh oh. Fiese Falle, fiese Falle, fiese Falle. Kapun. Oh. Ja. Böses Smiley. Ganz böses Smiley. Voll der Entsammel. 14.000 Gold. Oh ja. Wir brauchen viel, viel mehr. Wir brauchen Billionen, um alles zu bekommen. Wahrscheinlich nicht, aber man braucht ziemlich viel. Und ich schmeiße ein bisschen Äxte. Und ich habe nichts umgebracht. Sehr schön. Oh. Oh 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 oh. Hihi. Ja, ja, so. Oh. Es klappt, es klappt, es klappt. Bauen wir doch nicht. Ah, schade. Kein Crit. So. Und nur noch ihr beiden. Sauber. Kein Schaden in letzter Sekunde. Und Curse Rune für Chestblade. Ja, das wäre die Alternative. Wenn ich jetzt doch ganz viel Grinde und trotzdem das New Game Plus Plus zu schwer wird, schmeißen wir einfach die Rune rein, die Gegner leichter machen. So lange, bis es wieder einigermaßen spielbar ist. Ich hoffe nun mal, dass es denn nicht der Fall ist, dass man selbst mit maximalen Skills immer noch Probleme hat. Das wäre dann wirklich das Ende. Oh. Zwei Lebenspunkte sind nicht viel. Zehn sind schon mal mehr. 18 sind noch mehr. Rühnchen. Oh, bis kein Nübchen. Oh. Oh, kommt ihr noch her? Ich habe schlechtes Kühl in diesem Raum. Sollte ihr weg. Wir nehmen den Alleingang. Aber da ist auch eine Kiste. Wow. Okay. Wow. Wow. Vorbei. Oh ja. Knapp 20.000 Gold. Zwei Reihen voll. Das ist okay. Aber jetzt gibt es erstmal einen Cut. Und danach grinden wir fleißig weiter, bis der Spelunky soweit ist. Und dann sehen wir uns wieder. Bye, bye. 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 Vielen Dank.